In die ständig wachsende Liste der angeblichen Erfindungen von Meghan Markle können wir jetzt einen Blogbeitrag von 2014 auf der dich über eine Reise nach Kroatien einfügen, die offenbar nie stattgefunden hat, zumindest nicht in der von ihr erwähnten Art und Weise. Meghan, die immer ein Bild von einem glamourösen Leben zeichnen wollte, scheint einen Urlaub im Jahr 2012 für den Bloginhalt von 2014 umfunktioniert zu haben. Meghan, der in Begriff von Authentizität, ist in ein weiteres Netz geraten, das sie selbst geschaffen hat. Laut einem fleißigen Redditor, der sich mit Markles alten Instagram-Posts und Blog-Enträgen beschäftigt hat, hat Meghan einen Urlaub in Kroatien im Jahr 2012 dokumentiert, nicht im Jahr 2014, wie sie später erwähnte. Diese Reise fiel mit einem Geburtstag am 4. August, einer Drehpause von Suits und einem ersten Hochzeitstag mit Trevor Engelsen zusammen. Interessanterweise hat Markle, während sie ihr Instagram mit Bildern von der Reise überhäufte, praktischerweise jegliche Erwähnung von Trevor unterlassen, obwohl sie damals mit ihm verheiratet war und er in den sozialen Medien aktiv präsent war. Im Jahr 2014 blockte Markle aufdötig über eine Kroatienreise und deutete damit an, dass es sich um ein aktuelles Abenteuer handelte. Allerdings handelte es sich bei den von ihr verwendeten Fotos um stark gefilterte Versionen der Instagram-Posts aus dem Jahr 2012. Sie erwähnte nicht ein einziges Mal das genaue Datum und ließ ihre Lese glauben, sie sei gerade von diesem malerischen Kurzurlaub in Europa zurückgekehrt. Oh, die Kunst des Recyclings, wer hätte gedacht, dass sie sich auch auf Urlaubsgeschichten ausdehnt? Das Rätsel wird noch größer, wenn man bedenkt, warum Trevor, ihr damaliger Ehemann, auf allen Fotos und Erwähnungen fehlte. War es ein Ehestreit? Wollte sie das Bild einer unabhängigen, abenteuerlustigen Frau vermitteln? Oder, was wahrscheinlicher ist, wollte sie lästigen Fragen zu ihrem Privatleben aus dem Weg gehen? Was auch immer der Grund sein mag, es stellt sicherlich die sogenannte Authentizität in Frage, die sie angepriesen hat. Markles Instagram-Beiträge aus dieser Zeit waren alles andere als beliebt, die meisten ihrer Fotos erhielten weniger als 1200 Likes. Es scheint, dass Miss Heart Attack Beautiful nicht ganz der Social-Media-Liebling war, als den sie sich vorgestellt hatte. Ihre Bildunterschriften waren bestenfalls würdig und versuchten verzweifelt, ein Bild eines Lebens zu zeichnen, das glamouröser als die Realität war. Es ist fast so, als würde sie etwas kompensieren, vielleicht einen Mangel an echtem Interesse oder Engagement. Eine weitere Ebene der Saga ist die Erwähnung von Markles Einladung zur berüchtigten Jadvi 2016 in Kroatien durch jemanden namens Adam H., der von Jigju als Sodom und Gomorra auf See beschrieben wird. Dieses Ereignis, das für seine hedonistischen Partys und Ausschweifungen bekannt ist, sorgt für Aufsehen und passt in das Muster ihres Versuchs, die Sozialleiter mit allen notwendigen Mitteln zu erklimmen. Was sagt das alles über Meghan Markle aus? Für jemanden, der Authentizität predigt, erzählen ihre Handlungen eine andere Geschichte. Ob es darum geht, alte Urlaubsfotos wieder zu verwenden, wichtige Details aus ihrem Leben wegzulassen oder sich für die Öffentlichkeit in tragische Situationen zu begeben, Markles Handlungen deuten auf ein unermüdliches Streben nach Aufmerksamkeit und Bestätigung hin. Vielleicht möchte sie ihren Ansatz noch einmal überdenken, denn das Internet vergisst nie und die Wahrheit kommt immer auf eine Weise ans Licht.